Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Obwohl die Festung teilweise zerstört war, hielten die Deutschen ihre Stellung. Der Angriff war fehlgeschlagen. Feuerpause? Ich glaube nicht. Kapitel 3 Enttäuschte Hoffnung Meine liebe Tochter, der Krieg hat mir einen teuren Freund genommen und sein Verlust trifft mich härter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Karl ist immer noch südlich von Reims interniert, aber sein Zustand verbessert sich langsam. Bei nächster Gelegenheit werde ich versuchen, eine Besuchserlaubnis zu erhalten. Und du? Wie geht es dir? Hat sich das Leben in Saint-Miel gebessert? Leider musste Karl feststellen, dass sich nichts gebessert hatte. Aus Maries Brief erfuhr er, dass sein Sohn schwer erkrankt war. Karl fasste einen Entschluss. Da der Krieg niemals enden würde, musste er fliehen. Ja, und damit herzlich willkommen. Naja, auf der Seite der Deutschen mehr oder weniger. Ja, auf der Seite der Deutschen. Anna. Auch Anna ist noch hier. Und ich glaube, Freddy hat es in der letzten Folge erwischt. Der ist gestorben. 8. Mai 1916. Gefangenenlager Frankreich. Und ich schaue mich erst ein wenig um. Die Kriegsgefangenen. Auch in der Kriegsgefangenschaft wurden nicht alle Soldaten gleich behandelt. Es gab Lager, die Offizieren vorbehalten waren und andere für die einfachen Soldaten. Die Gefangenen waren in der Regel mehr oder weniger unterernährt, je nachdem, wie es um die Versorgungslage der einheimischen Bevölkerung bestellt war. Als Zwangsarbeiter mussten sie die eingezogenen Zivilisten ersetzen und wurden häufig in der Rüstungsindustrie, der Landwirtschaft und dem Bergbau eingesetzt. Insgesamt wurden während des Krieges 8 Millionen Gefangene gemacht. Davon saßen 2,5 Millionen in deutschen Lagern. 8 Millionen Menschen. Unvorstellbar. Völlig unvorstellbar. Neues Tagebuch. 8. Mai 1916. Ich sitze jetzt hier seit elf Monaten in diesem Gefangenenlager südlich von Reimsfest. Ich werde langsam wieder gesund und kann sogar wieder laufen. Das verdanke ich nur Anna. Maries letzter Brief hat mich beunruhigt. Victor ist sehr krank. Und in Saint-Mihil verfügen sie nicht über die Mittel, ihm zu helfen. Ich muss hier weg. Hier kommen wir auch nicht durch. Oh. Hey, der Flabal! Na, für drei, wir sind uns! Wir sind froh, wir sind froh! Wir sind froh, wir sind froh! Wir sind froh! Wir sind froh! Ich muss hier mal lesen. Einfach nur, um zu sehen, wie Menschen, die das Unvorstellbare erlebt haben, das in eigenen Worten niederschreiben. In wirklich eigenen Worten, was nochmal was ganz anderes als eine Dokumentation oder sonst irgendwas, sondern wirklich Berichte aus erster Hand. Was vielleicht auch ein bisschen die Faszination des Morbiden ist. Aber einfach, um den Vergleich zu ziehen zwischen der Zeit, in der wir heute leben und wie es damals wohl gewesen sein muss. Und ich sag's immer wieder gerne, das kann sich keiner von uns vorstellen. Oh, kein Wasser. Schleppte Witter am Honk! Schleppte Witter am Honk! Okay, Cola haben wir mitgenommen. Ach ja. Was denn ist da oben? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, aber ist das, das sieht nicht so, ach, da hinten ist ja auch noch ein Rad, hab ich gar nicht gesehen. Ähm, na super. So, da haben wir eine Marke. Deutsche Erkennungsmarke. Deutsche Marken, die Erkennungsmarken, waren zu Beginn des Krieges noch nicht bei allen Soldaten gleich. Die Form, das benutzte Material und sogar die eingeprägten Informationen, hingen von der Region ab, aus der der Soldat stammte. Im September 1915 wurde ein Standardmodell eingeführt. Eine Plakette mit dem Namen des Soldaten, seinem Geburtstag und Ort, sowie den Regimentsdaten. Ende 1916 wurde es durch ein neues Modell ersetzt. So, nein, der macht immer einmal weiter. Ach so, warte mal. Mann, der macht immer einen weiter, als er soll. So, jetzt in Ruhe lassen. Na, das funktioniert ja reibungslos. Aber das eine Rohr da oben kriegt zumindest Saft. Ich weiß nicht genau, also der obere Ausgang. Ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen ja nach unten. Jetzt tut er wieder so, als wüsste er was, was er da macht. So, das muss dann... Warte mal. Das Wasser kommt von da. Diese Leitung... Hä? Ich verste... Jetzt zieht er schon wieder einmal. Ähm, diese Leitung... Ich will jetzt auf dem Monitor zeigen, die geht hier nach oben, ne? Aber selbst wenn die nach unten geht, ich weiß nicht, woran dieses Rohr hier connectet ist. Das ist das, was hier nach unten geht. Ist das dann eine Kreuzung oder was ist das? Weil dann wäre es ja theoretisch einfach. Aber das ist gar keine Kreuzung. Siehst du, wir haben jetzt zwar hier so ein Rondell aus Blau. Aber wie kriegen wir das denn hin? Äh? Wir kriegen doch in das Rohr gar kein Wasser rein. Da oben tropft es jetzt raus. Das ist natürlich wunderbar. Ach so, das geht da oben raus und kommt unten wieder rein. Glaub ich. Ah, okay. So, jetzt geht's oben raus. Und kommt unten nicht wieder rein. Mann, oh. Okay, jetzt müsste das Ding da unten... Nein, jetzt nicht da springen. So... Ah, ne, ist auch falsch. Ich weiß nicht, wie ich das dann nach unten connected kriege. Verdammt. Willst du mich verarschen? Wie kommt denn das Wasser her? Da muss von draußen irgendwie Wasser herkommen. Oh, ich hasse den. So, das Ding wäre jetzt richtig. Das, was von draußen rauskommt. Jetzt ist die Frage, wo geht's da oben hin? Das müssen wir erstmal rausfinden. Oder ich denke, zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Das Rohr ist kaputt. Deswegen. Na, tolle Wurst. Das ist ja super. Da hätten wir ja lange drehen können. Wie gemein. So, jetzt kommt es da raus. Welche war denn das nochmal? Okay, warte mal. So, kann ich dann dieses Ding hier drehen? Dann zweimal das hier. Nein! Doch. Zweimal. Ja, sag ich doch zweimal. Ist nicht sonderlich elegant, aber hat funktioniert. Gut gemacht, hat er gesagt. Na, endlich. Haben wir jetzt Wasser da unten. Das muss man auch wissen, dass das Rohr kaputt ist. Bitteschön. Bitteschön. Aber was haben wir jetzt davon? Ah. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Es sieht aus wie Hosenträger. Die wir eben gerade geklaut haben. Ach, ich will mitfeiern. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Sie werden nur relativ gut behandelt, aber ich kann es nicht erwarten, hier rausgelassen zu werden. Mit ihrer Erlaubnis würde ich bei Kriegsende gerne wieder als Vorarbeiter arbeiten. Meine Fertigkeiten haben nicht gelitten und selbst wenn ich nicht mehr so stark bin wie vor dem Krieg, so bin ich bald wieder kräftig genug. Ich freue mich schon, von Ihnen zu hören. Maximilien, Elektriker Okay, da dürfen wir nicht langen. Warten auf de Klaus. Wahrscheinlich dürfen wir da später hin, jetzt momentan noch nicht. Warten auf de Klaus, da kommen wir nicht raus. Der Hund will ein bisschen Fleisch, was ist das denn? Was ist denn das? Ja. Hier kommen wir nicht raus oder rein, bevor wir nicht ein Stück Fleisch besorgt haben. Hier ist die Wurstküche. Und der Mann will was zu rauchen. Vorher kommen wir nicht an dem vorbei. Da oben habe ich das Fleisch gesehen, aber dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Kohle, um die zu werfen. Wo kommen wir denn da hin? Ich weiß gar nicht, was der will. Dem rutscht immer seine Mütze runter oder was? Will der vielleicht Hosenträger haben? Oh. Ich wusste sonst nicht, was ich mit dem Hosenträger machen soll. Offenbar haben wir jetzt ein bisschen Medizin. Das müssen wir wahrscheinlich Anna geben am Ende. Aber ich glaube, wir sind unserer Zeit ein bisschen voraus. Weil wir aus Versehen zuerst das Bad gemacht haben. Was haben wir denn hier? Ja, hier kommt Medizin. So viel zum Thema Anna. Ach so, warte. Warte, warte, warte. Hallo? Na, dann wollen wir mal So, hilfreicher Wäscher, ja Und wir haben ein rotes Halstuch Ich weiß nicht, ob er uns das zu einem Pionier macht, keine Ahnung Oh, was ist das denn? Taschentuch Die Gefangenen verfügten nicht über Taschen oder Handtücher Und Leinen war bei den Gefangenen in den Lagern heiß begehrt Wenn ein Gefangener einem Unternehmer unterstellt wurde Verbesserte sich eine Lebenssituation zumeist Frage ist nur, was machen wir mit dem roten Handtuch? Äh, mit dem roten Halstuch Ich habe das Gefühl, das hilft uns überhaupt nicht Wir haben es nur als, ich weiß nicht, als Auszeichnung Ah, warte mal, vielleicht können wir jetzt Ich nehme hier nochmal ganz kurz die Kohle Vielleicht können wir mit dem roten Halstuch, jetzt nämlich im, im, im Dingens Vielleicht können wir da jetzt rein Im Schlafsaal, vielleicht sind wir jetzt elitär Jawohl Alle haben rote Halstücher und wir jetzt auch Und wir kriegen eine Pfeife Okay, mit der Pfeife, huch Gehen wir zurück in die Fleischerei Die war da Geben dem jungen Mann die Pfeife Bitteschön Nehmen, was immer es ist Eine Keksdose Die Gefangenen litten in den Lagern an Hunger Und ihr Essen wurde oft gestohlen Diese Metalldose wurde von Hand gefertigt Und enthielt entweder Brot oder Kekse Der Besitzer konnte seine Vorräte mitnehmen Wenn er zur Arbeit ging, damit sie nicht gestohlen wurden Und heutzutage wird er auf der Arbeit gestohlen Kennt man doch Aus dem Kühlschrank So, ich dachte ich muss immer mit der Kohle machen Aber sowas ist natürlich ein bisschen praktischer Oh Ah, ich muss die Dinger weghauen, glaube ich, ne? So Damit haben wir das Fleisch Das geben wir jetzt dem Hund Ach Mann Eine Verkettung von Ereignissen Hundi Ach, hier in den Fressnapf Bitteschön Ja, so ein liebes Hundi So ein schönes Fresschen Das er jetzt ignoriert Und wir kommen endlich zu Anna Oh Die Zeit läuft Nach links können wir nicht Halt Ich hoffe, die sehen uns hier nicht Oh, nicht mit der Faust Nein Nein Weinen Das ihr pentet Die ist es schon ein schönes Fressnapf Untertitelung des ZDF, 2020